Hallo Servus und Grüezi miteinander. Ja Leute ich weiß ihr vermisst die We Are Family Show. Ich komme einfach nicht dazu eine ganze Show zu machen, aber übermorgen am Mittwoch gibt es die Sprechstunde vom Doc und ich habe die Sprechstunde ein bisschen ausgebaut, so damit ihr so eine leichte Erinnerung wieder an die We Are Family Show bekommt und deshalb würde es mich umso mehr freuen, wenn ihr am Mittwoch um 21 Uhr zu meiner Sprechstunde einschaltet. Der Tupac von Tupac VR wird hier mit mir im Studio sein, der Hoshi 82 wird mit im Voice sein und der Patrick von der Zockstube ist natürlich auch wieder mit dabei. Also ich hoffe wir sehen uns Mittwoch 21 Uhr. Bis dann, tschüss!